Du hörst den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hochspezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder und CEO Norman Müller. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mit Jakob, unserem Stammgast. Wir haben eigentlich nur noch Stammgäste hier im Podcast. Hallo lieber Jakob, wir machen heute eine Insights-Runde zusammen. Wie geht's dir? Ja, sehr gut. Ich habe schon so Vogelzwitschern bei dir gehört im Hintergrund. Ja, es wird Frühling. Ja, es wird wärmer. Das ist meine Lieblingsjahreszeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn so die Gerüche wieder kommen, die Vögel, mega. Okay, ich mag den Sommer. Ich mag den Sommer. Ja, wenn alle sagen, oh es ist heiß, das ist genau meins. Ehrlich? Du brauchst so richtig heiße Temperaturen? Absolut. Also wenn ich dann irgendwie auf Zypern bin mit der Family und dann genieße ich das. Jeder meintet die Sonne, aber ich bin dann immer derjenige, brauchen wir noch was aus dem Laden? Kann ich noch was einkaufen gehen? Und dann genieße ich einfach den Gang, wo ich dann so meine Haut so richtig brutzelt bis zum Supermarkt die fünf Meter oder so, um was einzukaufen. Das ist einfach nur ehrlich. Ich werde als Flusskrebs zurückkommen. Ja, weil ich genau weiß, nächste Woche oder so bin ich dann wieder in Hamburg und ja, man kennt das Wetter in Hamburg. Also du meinst du auch in Hamburg. Es ist eine schöne Stadt. Ich liebe Hamburg, aber das Wetter ist eine Volkskatastrophe. Ja, das ist wahr. Ja, was soll ich da jetzt groß sagen? Aber es ist wirklich eine schöne Stadt. Beruflich halt hergezogen damals. Ich wäre auch hingezogen, aber das Wetter hat mich immer davon abgehalten, weil ich das nicht ertragen kann, wenn es nur Regen und nur Grau, das geht nicht. Ja, ja. Bin eher so Italien-Typ. Ja, absolut. Italien wäre cool, ja. Egal. Schön. Also Sommertyp. So müssen eigentlich alle Podcast-Folgen anfangen. Erstmal über das Wetter reden und los. Ja, genau. Nein, also um jetzt mal wieder hier eine Linie reinzukriegen in unseren Talk, lieber Jakob. Wir haben uns dazu entschieden, heute ganz spontan eine Insights-Runde zu machen, also so ein paar Einblicke in die Community, in die Genius Alliance University zu geben. Was hast du nächste Woche vor? Erzähl mal. Was ist ein kleines Challenge? Also wir wachsen ja, das ist eine super Sache. Es kommen immer mehr Leute auf die Plattform und wir tauschen uns mit Leuten aus. Das macht mega viel Spaß. Was ich gerne machen möchte, ist so gewisse Basics zu geben. Also ich will mich selber ein bisschen challengen. Also ich möchte jeden Tag einen Blogartikel veröffentlichen nächste Woche, also von Montag bis Freitag. Jeden Tag ein Artikel mit Fokus auf, wie baue ich eigentlich Vertrauen in eine Online-Welt auf. Also ich finde, das ist immer noch, wird nach wie vor vernachlässigt, wie komme ich in Kontakt mit Leuten, wie baue ich Vertrauen auf in einer Welt, wo ich die Leute nicht physisch treffe. Das ist nach wie vor, finde ich, wird das vernachlässigt und ich möchte Basics aufzeigen. Also sowas wie, das fängt mit einem Profilbild an, das fängt mit einem Intro über mich selber an, das ich zur Verfügung stelle. Das fängt an, das geht weiter dann zu Kommentaren. Ich kommentiere oder like Sachen von anderen Menschen und ich versuche Mehrwert zu geben. Das ist so der Fokus eigentlich der Blog-Serie und da möchte ich auch aufrufen, dass alle mitmachen, um in Kontakt zu kommen mit den anderen. Weil davon lebt die Community, dass diese Synergie-Effekte entstehen, dass andere mit anderen sich austauschen. Das können wir nicht irgendwie herbei wünschen. Also wir wünschen uns das, aber wir können das nicht sozusagen manövrieren, sondern wir geben das Handwerkszeug und daraus entstehen spannende Interaktionen. Das ist so die Grundidee. Ja, und das Aktivieren von der Community ist die größte Challenge überhaupt. Ja. Wir sind einfach gewohnt und wir lieben es zu konsumieren, aber wirklich aktiv zu sein, mitzumachen und was zu verändern, machen die wenigsten. Ja. Aber deswegen machst du ja die Challenge. Wir können mitmachen, Step-by-Step, jeden Tag. Training. Genau. Baby-Steps, kleine Steps, kleine Veränderungen, nicht irgendwie der große Sprung, sondern wirklich Kleinigkeiten, die aber dann auf alle, das wirkt sich auswirken. So wie ich, ich kam in deine Community rein und ich hatte den Anspruch, ich möchte anderen helfen und möchte mein Wissen teilen. Und daraus haben sich Projekte entwickelt, haben sich neue Kunden entwickelt, haben sich spannende Kooperationen entwickelt. Und das kann bei jedem auch passieren, bei jedem anderen genauso, bei jedem anderen Unternehmer. Ja. Und das ist ja ausdrücklich gewünscht auch bei uns, deswegen finde ich es toll, das immer wieder zu erfahren, dass da Projekte entstehen, Zusammenarbeit entsteht. Genau deswegen machen wir ja den ganzen Zauber. Absolut. Ja. Ich bin heute leider ein bisschen angeschlagen. Das wollte ich auch noch zum Thema machen. Wir haben ja eine Insights-Runde. Ja. Du hast einen Screenshot vorhin gemacht, den du noch vernichten musst. Ich überlege es mir. Hängt davon ab, wie unser Gespräch verläuft. Wehe, ich sehe das auch nicht. Das ist alles vertraulich. Ich bin total vermummt. Als Schüttelfrost muss ich mal so einen Corona-Test machen. Aber voll, also Männer schnupfen halt, ne? So richtig Männer schnupfen. Das ist noch schlimmer als Corona. Ja, ich rede mal nachher mit Katharina, was sie dazu sagt. Cool. Aber du bist ja auch schon kräftig am Plan momentan. Ja, absolut. Weil ich total Lust habe, eine Mastery, also keine Masterclass, so wie es ja üblich ist bei uns in der GZ Lions University zu machen, die wir mit vielen Mentoren zusammen machen. Tolle Mentoren übrigens, tolle Leute. Also ich bin immer wieder begeistert. Wenn ich so den Events selbst beiwohne oder mir die Aufzeichnung anschaue. Also richtig geiler Content. Ne, ich habe mir überlegt, und da habe ich dich ja gefragt, ob du Lust hast. Du hast mal wieder Ja gesagt. Sehr gut. Weil ich dich da auch in deiner Kompetenz sehr schätze, dass wir eine Mastery zusammen machen und zwar eine Scale-Your-Business-Mastery. Und ich habe das so ein bisschen bei uns intern besprochen und war eigentlich dagegen. War eigentlich dagegen, weil das sehr so in die Richtung geht. Und die Subline ist, skaliere dein Online-Business mit einem Podcast auf fünfstellige Monatsumsätze. Und was ich ja, es gibt nichts Schlimmeres für mich, als wenn irgendwo in einem YouTube-Film eine Werbung vorgeschaltet ist, wo irgendeiner mit einem Lambo mit einem Geldbündel oder einer teuren Uhr wedelt. Das geht nicht. Aber, die haben recht. Du machst das nicht? Ich mache es nicht. Ich mache es nicht. Ich glaube, Lambo geht nicht als Dienstwagen. Muss ich auch mal nachfragen. Das ist ein schönes Auto. Ich habe für die Markkammer gearbeitet. Also das ist wirklich ein tolles. Ich habe den Luke Donker-Walker mal kennengelernt. Toll, toller Typ. Ja, egal. Fünfstellige Umsätze deshalb, weil das oftmals der Engpass ist in den Unternehmen. Die brauchen Geld, gerade Startups, die brauchen Kohle. Sonst können sie ihre Produkte nicht weiterentwickeln. Sie können keine Mitarbeiter einstellen. Die kann ich mich überhaupt nicht nach vorne bewegen. Das heißt, das Geld ist letztendlich der Rohstoff, aber nicht der Antrieb. Und darum soll es in diese Masterclass gehen. Das heißt, unser Ziel ist natürlich, den Umsatz zu erreichen. Aber es geht nicht ums Geld. Sondern es geht über die übergeordneten Werte und Ziele, die wir alle haben. Ob das unsere Familie betrifft, ob das unser Big Picture des Unternehmens betrifft und so weiter. Und ich werde erklären in dieser Masterclass, wie das funktioniert. Mithilfe eines Podcasts. Und das ist das Besondere. Das heißt, man lernt dort nicht, Podcaster zu werden. Das ist quasi der Online-Kurs, den es auch noch innerhalb der Mastery zum Selbststudium dazu gibt. Also das kann man sich dann selbst beibringen, wie das funktioniert. In zehn Schritten. Super einfach gemacht. Sondern es geht darum, wie ich den Podcasts strategisch im Marketing und Vertrieb und in der Kommunikation einsetzen kann. Und damit auch ohne Reichweite. Das ist ja auch wichtig zu verstehen. Beim Podcast denkt man ja immer gleich, na klar. Wenn ich da 30.000 Leute anspreche im Monat oder Hörer habe, dann ist das natürlich super einfach, Geschäft zu machen. Aber ich werde zeigen, auch mit euch zusammen, mit euren Expertisen, die wir dafür auch brauchen, wie das möglich ist, dass das auch ohne Reichweite funktioniert. Und das wird eine ganz spannende Geschichte. Da habe ich voll Lust drauf. Das hat mich irgendwie gepackt. Aber ich wusste immer nicht, wie man das kommuniziert, ohne dass es in die falsche Richtung geht, mit schnell Geld verdienen. Weil genau das ist es nicht. Also wir werden uns auch genau auswählen, mit wem wir das zusammen machen. Also man kann sie auf diese Mastery bewerben. Und wir wollen dann eine Community, ein kleines Team zusammenstellen, die dann auch das richtige Mindset mitbringen. Weil es schnell reich werden, ist es genau nicht. Das kann man schon hier ausschließen. Ja. Kannst du vielleicht nochmal ganz kurz den Unterschied zwischen einer Masterclass und einer Mastery nochmal erklären? Für alle Zuhörer. Eine Masterclass, super Frage übrigens. Eine Masterclass ist nach unserem Verständnis, da gibt es ja auch noch andere Definitionen, ein konkretes Thema, wie zum Beispiel das Thema Recruiting. Und dann habe ich zu diesem Recruiting-Thema quasi so eine Vertikalisierung. Also ich kann tiefer einsteigen in das Thema und kann zum Beispiel dann Thema Auslandsrecruiting oder Social Media Recruiting und solche Sachen, kann ich dann mich tiefer mit den Mentoren austauschen. Also wenn das Thema für mich im Unternehmen eine Rolle spielt, dann kann ich da tiefer einsteigen. Während eine Mastery eine Challenge ist. Also ich will wirklich, dass jeder, der aus dieser Mastery rausgeht, letztendlich diesen fünfstelligen Umsatz hat. Das ist mein Ziel. Ja. Und dafür sind dann halt einfach mehrere Komponenten notwendig. Zum Beispiel in dieser Mastery hat ja jeder ein anderes Geschäftsmodell, jeder eine andere Positionierung. Das lässt sich gar nicht vereinfachen. Mir geht es aber darum, dass man relativ konkret auch darauf eingeht. Deswegen wird die Gruppe wahrscheinlich nicht so groß werden. Aber wir werden auf jedes Business eingehen, damit man schneller in die Adaption kommt und nicht so viel Interpretationsspielraum hat. Das ist mir wichtig. Also bin ich richtig positioniert? Erreiche meine Kunden richtig? Wie kann ich das machen? Schritt für Schritt. Und das gehen wir durch. Und am Ende ist das Ziel im Raum. Ja. Mega. Und der Podcast ist aber eigentlich eher als ein Tool gedacht. Verstehst du das richtig? Ja, ist ein Werkzeug. Ja, genau. Ist ein Werkzeug. Weil das ist ja oftmals der Irrglaube. Also viele denken ja, ich mache jetzt einen Podcast, das wird klasse. Der Norm erzählt ja immer so und schwärmt. Aber wir wollen ja, dass der sofort Umsatz macht. Und die klassischen Podcast-Monetarisierungskonzepte sehen aber so oder sehen vor, dass du eine gewisse Reichweite haben musst, um dann zum Beispiel Werbepartner, Sponsoren anzusprechen oder Produkte zu bewerben, eigene Produkte zu bewerben, die die Leute dann kaufen können. Und das dauert aber Jahre. Das darf man an dieser Stelle auch mal ganz offen sagen. Das geht nicht in wenigen Wochen, Monaten, sondern das sind einfach Jahre, Kontinuität. Wie die YouTube-Influencer auch gewachsen sind, die haben auch kein Geld verdient in den ersten Monaten, sondern es ist über Jahre einfach, gewinnen die, die dranbleiben an dem Thema und Content erstellen. Deswegen ist auch deine Position oder auch deine Expertise so wichtig, lieber Jakob, weil Content ist King. Also wir müssen Content-Creator sein und werden, weil das im Grunde den Wert darstellt und Vertrauen aufbaut. Da sind wir wieder bei deiner Challenge nächste Woche. Ja, Vertrauen ist so die digitale Werbung schlechthin. Also wenn ich Leute nicht sehe, wenn ich nicht weiß, wer ist die Person am Ende der Leitung, wenn das vielleicht ein digitaler Avatar ist, den ich plötzlich treffe, wie kann ich wissen, meint ihr das wirklich ernst, kann ich der Person vertrauen oder nicht? Und das schafft man, indem man einfach Inhalte generiert, digitale Inhalte. Ja, zeigt, was man kann. Ja, das ist halt einfach. Und natürlich, und da ist natürlich ein Podcast oder auch Video-Live-Streaming, was du machst, super wertvoll, wenn ich die Möglichkeit habe, einfach die Person auch zu erleben, zumindest digital. Das ist bei Texten immer so gut. Da kann man inhaltlich natürlich viel Know-how transportieren. Aber auch das Persönliche, das mir zum Beispiel auch wichtig ist, um Vertrauen aufzubauen, indem ich die Person erlebe, zumindest mal im Bewegtbild oder im Audio, das ist natürlich dann ein richtig cooler Move. Wichtig vor allen Dingen. Ohne Vertrauen verkaufen wir nichts. Also im Grunde ist es eine ganz simple Rechnung. Wenn ich jetzt hier zuhöre und mache keinen Umsatz über mein Online-Business, dann habe ich ein Vertrauensproblem. Und da gab es eine schöne Statistik, beziehungsweise eine Grafik. Mal sehen, ob ich das noch zusammenkriege. Also wenn du eine Community hast, immer 100 Leute, und du bewirbst ein Produkt, 5% kaufen sofort, 35% brauchen noch ein bisschen, durchaus auch Monate, die hören einen Podcast von dir, lesen einen Blogartikel, schauen sich ein Interview an oder kriegen eine Newsletter von dir. Also die brauchen einfach nur so ein paar Berührungspunkte, aber die kaufen dann auch und der Rest kauft einfach nicht. So, und jetzt kann man sich mal ausmalen und sagen, oh krass, dann brauche ich ja eine riesen Community, wenn nur 40% am Ende monetarisierbar sind. Und dann muss ich es ja auch richtig machen. Also um die 40% abzuschöpfen, muss ich es ja auch richtig machen. So, das heißt, da sieht man schon, dass das gar nicht so einfach ist, sich ein digitales Business aufzubauen. Und wir vereinfachen in dieser Mastery, vereinfachen wir diesen Prozess. Wir sprechen dann über Qualität, hochpreisige Produkte, also die ihren Wert auch haben, das ist immer wichtig. Also nur den Preis nach oben zu setzen, ist ja keine Lösung, sondern das muss natürlich auch ein Preis-Leistungs-Verhältnis haben, was funktioniert und natürlich letztendlich auch den Nutzendenwert darstellen für die Kunden. Und dann werden wir zeigen, wie man das Ganze anstellen kann, dass man im Grunde schon in kurzer Zeit richtig guten Umsatz machen kann. Fünfstellig. Das ist so zweischneidig irgendwie, weil wenn ich ganz zurückdenke, als ich mit dem Podcast angefangen habe, du hast mir ganz viel geholfen und warst auch eine große Inspiration, überhaupt das zu starten. Da war das, da habe ich gar nicht irgendwie an Umsätze gedacht, sondern ich war einfach, ich habe darauf vertraut irgendwie. Ja, ich interviewe diese Leute, ich rede mit denen und dann gewinne ich deren Vertrauen und wir werden irgendwie zusammenarbeiten. Es war null strategisch. Es war halt eine gute Intention von mir und ich habe, was ich aber gut gemacht habe, war, ich habe die anderen glänzen lassen. Also ich habe mich total zurückgenommen und habe meinem Gegenüber eine Bühne gegeben. Und ich glaube, das ist so das Wichtige, wenn man einfach die Intention hat, man möchte coole Menschen kennenlernen und die Umsätze sind erstmal, stehen nicht unbedingt im Vordergrund, sondern die kommen langfristig, weil ich lerne diese Menschen kennen und deren Vertrauen gewinne ich. Wie siehst du das? Oder war das ein Fehlmindset oder war das nicht strategisch genug von mir damals? Es macht dich so unfassbar sympathisch, lieber Jakob. Okay. Es macht dich echt unfassbar sympathisch. Alles richtig, würde ich sagen. Alles richtig. Aber, jetzt kommt es, wir müssen uns auch erlauben, Geld verdienen zu dürfen. Okay. Das ist oftmals nicht so einfach. Wir driften dann so ein bisschen ab in diese, ja, komm zu mir ein Podcast und kein Problem, mal gucken. Weißt du, es ist so wahnsinnig unverbindlich. Aber Vertrieb ist total verbindlich. Es gibt Podcast-Gäste, die lädst du halt einfach ein, weil du sagst, ich finde dich spannend, tolle Persönlichkeit, hast du was Tolles gebaut, würde ich gerne, die Geschichte würde ich gerne hören. Ich würde gerne von dir lernen. Das sind die einen Kategorie Podcast-Gäste. Wenn dein Podcast nur aus solchen Leuten besteht, machst du keinen Umsatz. Und du kannst dir Leute einladen, wo du sagst, hey, ich habe ein echt interessantes Asset, das kannst du gebrauchen. Aber wenn ich dich anrufe und sage, hey, ich habe da was ganz Tolles, dann sagt er auf der anderen Seite, du, lass mal, ich habe gerade keine Zeit. Und wir gehen jetzt den Weg der Wertschätzung und sagen, pass mal auf, ich wertschätze das, was du gebaut hast, was du geschaffen hast, ein tolles Unternehmen gebaut. Und ich würde das gerne in einem Interview porträtieren, ein Audio-Porträt zu machen oder ein Livestream geht ja auch. Und danach habe ich aber das Recht, und das muss ich mir erlauben, dass ich sage, ich pitche dann. Ich sage, hey, ich finde das klasse, tolles Interview. Die Sympathie stimmt auch, ist auch wichtig. Kann auch sein nach einem Podcast und sagst, oh nee, kein Pitch. Das passt nicht. Lieber nicht. Geht ja auch. Und du gibst dir mit einem Podcast so viele Möglichkeiten, nämlich meine Podcast-Fort Folgen sind bei einem Interview ungefähr eine Stunde. Du hast eine Stunde mit einer Person Zeit, Vertrieb zu machen. Du hast eine Stunde Zeit, Fragen zu stellen. Und Vertrieb ist Fragen stellen. Viele denken ja, ich muss anrufen, muss die ganze Zeit erzählen. Aber du musst doch erfahren, was die Leute brauchen. Du musst doch sagen, was ist denn dein Ziel? Wo willst du hin? Was ist dein Big Picture? Was ist dein nächstes großes Ding? Und wenn man meine Podcast-Folgen richtig hört, dann wirst du feststellen, dass ich die Sachen abfrage. Und ich weiß am Ende, über diese Person alles, was ich brauche, um zu entscheiden, habe ich was Wertvolles, was ich dem anderen anbieten kann oder nicht? Ja. Okay? Das heißt, ich habe in dieser Stunde Vertrauen geschaffen. Ich weiß, was diese Person braucht. Ja? Ich weiß, ob wir uns sympathisch sind oder ob der danach schnell auflegen möchte. Und, und das darf man nicht unterschätzen, ich habe auf beiden Seiten ganz viele Glückshormone im Einsatz. Das sind meine kleinen Helferlein. Warum? Weil die Leute natürlich aufgeregt sind. Ich bin ja auch aufgeregt. Ja, nicht mehr so wie am Anfang, aber, naja, wir gehen ja in die Öffentlichkeit damit. Das wird ja dann veröffentlicht. Und am Ende ist es so ein, ach, wir haben es geschafft. Geil. Wie war es für dich? War es gut? Ja? Und wenn du dann einen guten Job gemacht hast, das ist auch nicht immer möglich, aber so, dann hast du ein Vertriebsgespräch mit anschließender Möglichkeit des Pitches geschaffen. und ganz ehrlich, davon musst du mindestens einen am Tag machen. Wenn du Vertrieb machen willst, musst du mit Menschen reden. Jetzt kannst du aber hergehen und eine Masse von Menschen anrufen und so nach den Gesetzen der großen Zahl, ja, wenn ich tausend Leute anrufe, werde ich schon hundert dazu bringen, mit mir zu telefonieren und von denen mache ich zehn Aufträge. Kann ich machen? Bin ich platt. Ich glaube, 300 Telefonate kriegt ein super Callagent am Tag hin. 300 Telefonate, da weißt du, was er am Ende des Tages gemacht hat. Oder wir gehen her und sagen, wir sind ein Boutique-Unternehmen, wir sind Premium, wir haben eine tolle Expertise und wir kümmern uns in unserem Podcast-Talk darum, dass sich unser Gast wohlfühlt, dass wir die Möglichkeit haben. Ich finde auch, ein guter Verkäufer sagt am Ende eines Interviews und sagt, hey, danke für die Zeit, ich habe eine ganze Menge mitgenommen, ich wünsche dir einen schönen Tag. Ja, der verkauft dann nicht. Ein guter Verkäufer sagt, wenn es nicht gepasst hat, ja, dann verkaufe ich am Ende auch nicht, dann mache ich auch keinen Pitch. Warum? Ja. Ich will ja nur mit den Leuten arbeiten, wo ich einfach sage, ich bin auch für die andere Seite irgendwie ein Gewinn, ja, also ein menschlicher Gewinn, also dass man sagt, hey, da entsteht ja eine Beziehung, ja, aber auch, dass meine Produkte diese Personen weiterbringen. nur dann pitche ich am Ende. Wir machen an dieser Stelle eine kurze Pause für einen wichtigen Hinweis an eigener Sache, denn ich möchte dich herzlich in die Genius Alliance University einladen. Mit der Genius Alliance University haben wir uns das Ziel gesetzt, einen partnerschaftlichen und vor allem vertrauenswürdigen Dialog zwischen Gründern, kleinen mittelständischen Unternehmen, Investoren sowie Top-Experten über die digitale Zukunft aufzubauen. Und damit in Zukunft digitale Technologien unserer Gesellschaft und Umwelt nützlich sein kann, kommt es darauf an, innovative und engagierte Unternehmer und Unternehmerinnen zu finden und zu unterstützen. Wir wollen dabei helfen, die hohen Eintrittsbarrieren zu überwinden, die durch immer komplexer werdende Technologien, fehlende Finanzmittel und mangelhafter Bildungsangebote verursacht werden. Auf der Genius Alliance University Plattform erwartet dich täglich neuer und vor allem kostenfreier Content, wie zum Beispiel die Shownotes zum Genius Alliance Podcast, Fachartikel zu den verschiedensten Themen, Ratgeber, Handouts, Präsentationen, unzählige Videos und Audios, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Tutorials, aber auch Online-Kurse wie zum Beispiel mein Online-Kurs Podcast Mastery, in dem ich die Hacks zu diesem Podcast hier verrate und teile. Und in Zukunft wird es auch Live-Streamings geben. Aber das Beste kommt noch, denn zusätzlich bieten wir dir in unseren Masterclassmen den direkten Austausch mit den besten Mentoren, die wir in Deutschland haben. Also Schluss mit dem Konsum von veralteten Wissenskonserven. Du lernst von echten Menschen, die sich Zeit für dich nehmen. Registriere dich jetzt gleich kostenfrei in der Genius Alliance University oder engagiere dich als Mentor oder als Experte beziehungsweise Expertin. Du findest uns im Internet unter university.genius-alliance.com oder du folgst einfach dem Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Ich begrüße jeden persönlich und wünsche dir jetzt viel Spaß mit diesem Podcast. Stimme ich vollkommen zu. Ich bin halt momentan, also was heißt momentan, seit einigen Monaten mehr auf der Live-Schiene. Also durch Video, wenn ich die Person sehe, baue ich gefühlt eine bessere Verbindung auf, als wenn ich sie nur höre. Das ist bei mir irgendwie, hat sich so ergeben, fühle mich da auch wohler und habe so das Gefühl, ohne Vorgespräch, diese eine Stunde, die reicht auch vollkommen aus, um zu entscheiden, ja oder nein, auch auf der anderen Seite und der Austausch, ich weiß einfach, können wir zusammenarbeiten oder nicht und diese eine Stunde, die reicht oftmals aus und witzig, dass du mit den Telefonaten, das du erwähnt hast, weil ich hatte während des Studiums so einen Job, wo ich tatsächlich das gemacht habe. Also ich hatte dann immer so diese riesige Excel-Liste und dann habe ich von meinem Laptop aus damals, über Skype glaube ich, Anrufe gemacht, irgendwie in der Stunde, ich weiß gar nicht, wie viel ich gemacht habe, irgendwie 30 waren vorgegeben oder sowas oder 20 und einfach nur Follow-up-E-Mail, Anrufe, nachfragen, wie geht es und es war immer, ich habe mich immer total unwohl gefühlt, das war halt immer, ich kenne die Person eigentlich gar nicht, ich gehe der Person irgendwie voll auf die Nerven und was, wenn sie Nein sagt, immer diese ganzen Gedanken im Kopf und jetzt, wenn ich diese Live-Shows mache, freue ich mich total auf mein Gegenüber, weil ich mich komplett auf die Person einlasse und das spürt, glaube ich, das Gegenüber auch und das macht auch was mit allem. Ja, aber ja, bei einem Live-Stream weiß ich nicht, was danach passiert. Also du sagst dann Live-Stream stoppen und dann hast du noch eine Möglichkeit weiter zu sprechen, wahrscheinlich, oder? Genau, also wir sind dann sozusagen noch im Video-Studio, Stream-Jahr, gut sicher und da ist die Person noch und dann reden wir noch drüber, wie war es und so und dann kommt meistens sowas wie, wir sollten auf jeden Fall was zusammen machen, also zusammen ein Projekt starten. Und da aber konkret sein und das ist auch das, was wir in der Mastery trainieren, wie du es schaffst in der Kürze der Zeit, du hast nur eine Stunde Zeit oder je nachdem, wie lange das Interview geht, halbe Stunde, so. In dieser halben Stunde muss ich in dir, es sei denn, du hast irgendwie im Vorfeld dir schon was überlegt, ja, du musst konkret werden, weil es ist auch wichtig, dass nach dem Interview kein Break ist, ja, also so von wegen, danke fürs Interview, lass uns morgen mal telefonieren, ja, das, dann ist alles weg, die ganze Stimmung ist weg, die ganze, du fängst eigentlich nochmal kalt an, ja, oder lauwarm, ja, sondern du musst dann sofort rauskommen mit deiner Idee und am Ende des Interviews sagen, mir ist es lustigerweise gestern so gegangen, ja, gestern so gegangen. Ich kann noch nicht verraten, worum es geht, ja, ist noch top, so gut, aber ich habe mit dem CEO von Clank gesprochen, ja, das ist so eine Geldspar-App fürs Handy, für die Eltern und mir ist im Interview eine geile Idee gekommen, so und nach dem Interview, wir waren beide happy, ist gut gelaufen, ja, hätte ja auch nicht gut laufen können, nach dem Interview habe ich gesagt, hey, darf ich dir das kurz erzählen, ich bin mir gerade im Gespräch eingefallen, so und dann habe ich, war kein richtiger Pitch, aber es war ein, ein vertrauensvolles Miteinander, wir hatten beide Spaß, wir, wir waren in einem Rausch der Glückshormone, ja, oder Glücksgefühle und haben, und ich konnte diese Idee platzieren, ob da jetzt was draus wird oder nicht, ist egal, aber ich hätte am Anfang gar nicht damit gerechnet, lustigerweise, also auch das passiert, aber du musst diesen Transformationsimpuls folgen, den du ausbilden kannst, es gibt Menschen, die haben den nicht, ja, die sagen, ich mache jetzt ein Podcast-Interview und das Ding hat einen Anfang und Ende, Punkt, und ich denke aber immer vertrieblich, ich denke immer, der liebe Herrgott schickt mir gerade diese Person, um mit dieser Person was zusammen zu machen, was ist das? Und danach suche ich. Also wie kann ich einen Wert für beide Seiten kreieren? Nur dann macht es Spaß. Und dem gehe ich nach. Was, man darf aber nicht verwechseln, der Podcast darf kein Vertriebsprozess werden, ja, also ich darf jetzt nicht anfangen wie ein Autoverkäufer, ohne es jetzt negativ zu meinen, aber weißt du, was ich meine? Also das darf jetzt keine QVC oder Home Shopping Europe Show werden, weißt du? Also das ist wichtig. Es geht immer um die Zuhörerschaft, ja, aber es ist trotzdem meine Show und ich möchte die Personen kennenlernen und wenn wir gemeinsam einen Wert schaffen können, ja, an dem wir beide Seiten Spaß haben, dann haben wir 100 Punkte. Und deswegen ist ein Podcast ein ausgezeichnetes Tool, einfach nur mal so als Argument, ja, wenn du jemanden anrufst, du hast von einer Person bei LinkedIn gelesen oder so, ja, und rufst diese Person an und sagst, ey, ich würde unbedingt, oder Sekretariat, ich würde unbedingt gerne mal mit dir sprechen, so. Diese Person, wenn die relativ in der Öffentlichkeit steht, ja, dann ist die unter Volldampf. Die hat nicht Zeit für einen Kaffee. Weißt du, was ich meine? Also die überlegt sich ganz genau, ob das interessant ist. Und da musst du auch echt mega gut am Telefon sein oder eine mega gute E-Mail schreiben, damit da überhaupt eine Resonanz kommt und dass du einfach mal so ein Gespräch bekommst. Also das ist schon ein Wert. Zum Beispiel mich kannst du telefonisch gar nicht erreichen. Ja, mein Handy ist nicht dafür da, dass mich jemand anrufen kann. Weißt du, das ist einfach ein Schutzgerät, ein Schutztool für mich. Ja. Sondern, und das andere, die andere Geschichte ist, also du kannst anrufen, um versuchen, einen Termin zu kriegen für ein Gespräch, so wie man das früher gemacht hat. Oder du sagst, ich lade dich ein zu einem Podcast-Talk. Und bei mir ist es so, bei zehn Einladungen kommen neun. Vielleicht nicht sofort, vielleicht in ein paar Wochen oder so. Es sei denn es Elon Musk. Der reagiert noch nicht mal. Aber das muss man sich einfach vergegenwärtigen. Ich habe ja mal gesagt, oder dieses Zitat, baue eine Bühne und die Menschen werden darauf tanzen wollen. Und diese Bühne baust du in voller Wertschätzung für die Arbeit, die dein Gegenüber gemacht hat. Die Leistung, die er erbracht hat. Oder sie. Ja, und diese Bühne anzubieten und gleichzeitig gemeinsam danach zu suchen. Am Anfang suchst du alleine, weil die Person kommt ja nicht, weil sie irgendwie mit dir Projekte machen möchte, sondern weil sie über sich das Unternehmen und so weiter erzählen möchte. Aber du denkst darüber nach und sagst, okay, welchen Wert kann ich, das ist ja auch dein Mindset, also welchen Wert kann ich dir anbieten, der dich weiter nach vorne bringt, deinen Ziel näher bringt oder einen Engpass löst. Und wenn es dann gelingt, nach dem Podcast-Talk in so einen Pitch zu kommen, der so emotional punktet, dass der am anderen Ende sagt, mega coole Idee. Ich kriege jetzt die Podcast-Aufnahme und dann noch das oben drauf. Mega. Ja, also es steht und fällt mit Mehrwert, finde ich. Also wie kann ich als Unternehmer Mehrwert liefern? Und ich gebe der Person Marketing-Material, also ich schicke dem Video oder beim Podcast dann das Audio-Material, dass die das selber benutzen können und so, dass sie sich selber auch vermarkten oder eine eigene Kampagne starten können. Ich glaube, das sind alles Vorteile, die man so aufzählt und da ist das eigentlich naheliegend, das einfach zu machen für viele, weil die entweder niemanden haben, der Content produziert innerhalb des Unternehmens, weil sie nicht das Budget haben oder nicht die Mitarbeiter und das ist dann immer eine willkommene Abwechslung. Ich will mal ein Beispiel bringen, weil das ist mit dem Argumente-Koffer auch ein Thema, was wir in der Master-Reel besprechen. Nimm mal einen Versicherungsverkäufer. Versicherungsverkäufer, der Klassiker, kommt zu dir nach Hause und du willst irgendwas in Sachen Rente, Altersvorsorge abschließen. Dann fängt er an zu illustrieren. Die Versicherungsverkäufer sind ja darauf trainiert, dir Szenarien in den Kopf zu beschreiben, sodass du sagst, oh krass, wenn die Feuerwehr, so einen richtig dicken Feuerwehrschlauch in meinen Wohnzimmer reinhält, das will ich nicht, also brauche ich eine Hausratversicherung. Das heißt, der Verkäufer verkauft dir, zum Thema Altersvorsorge, in die Zukunft. Und das machen viele falsch. In die Zukunft verkaufen heißt, der sagt zum Beispiel, naja, wenn du die Altersvorsorge jetzt machst, da hast du eine Rente bei Geld. Oder dann hast du noch eine Pflegeversicherung on top. Und dann denkst du dir, ja, ja, das muss ich mal machen. Aber du machst es nicht. Du machst es nicht jetzt, weil du sagst, das ist noch so weit weg. Und das machen viele in ihrer Verkaufsargumentation falsch, dass sie zu weit in der Zukunft ein tolles Bild malen. Und das ist aber für die Leute nicht greifbar. Du musst einen Wert kreieren, der jetzt greifbar ist, den du jetzt nutzen kannst. Ja. Wenn ich zum Beispiel sage, lieber Jakob, ich habe eine Altersvorsorge für dich, die kannst du sofort steuerlich geltend machen. Kostet dich damit 90% weniger. Ist das interessant für dich? Dann tickt es bei dir und du sagst, oh krass, ich habe jetzt sofort den Steuervorteil. Ja, wer weiß, wie lange ich den noch habe. Und ich habe gleichzeitig noch was für eine Altersvorsorge gemacht. Das ist ein tolles Angebot. Das will ich machen. Das heißt, die Frage ist, wie schaffst du einen Wert für dein Angebot, für dein Produkt, der jetzt in der Gegenwart eine Relevanz hat? Weil das ist doch bei dem iPhone genau das Gleiche. Du willst in den Laden gehen und wenn der Verkäufer sagt, anderes Beispiel, es gibt ein Möbelhaus, da gehst du rein und dann sagst du, oh krass, coole Couch, die will ich unbedingt haben. Und dann sagen die dir allen Ernstes, nein, in sechs Monaten können wir die nach Hause liefern. Da gehe ich aus dem Laden raus und sage mir, seid ihr ja wahnsinnig. Ich will doch jetzt meine Bude einrichten und mich nicht ein halbes Jahr auf eine Couch freuen. Das geht nicht. Das ist ja jetzt auch das Problem mit der Automobilindustrie. Kauf mal jetzt einen Neuwagen oder Neuwagen-Leasing, kannst du alles vergessen. Anderthalb Jahre wartest du drauf. Tesla macht es in drei Monaten klar. Woran auch immer das liegt, was die strategisch da auch richtiger gemacht haben als die anderen. Du willst es sofort. Du willst es auspacken und du willst es jetzt haben. Ja. Also Geschwindigkeit ist, glaube ich, das A und so. Ja. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Also dieses, nicht irgendwie in zehn Jahren, sondern wie wirkt sich das aus innerhalb von einer Woche, in einem Monat, in einem ersten Quartal, wenn ich das jetzt umsetze? Ja. Nimm das Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit wird oftmals zu sehr in der Zukunft verkauft. Was habe ich jetzt für einen Impact, den ich jetzt leisten kann? Also neben dem, was ich für die Umwelt tue, klar, das hat dann unmittelbare Auswahl. Aber was hat das jetzt, jetzt mal aus unternehmerischer Sicht, was hat das mit meinem Unternehmen jetzt zu tun? Ja. Oder Prozesse, die ich verbessere in einem Unternehmen. Was nützt mir das, wenn mir einer sagt, pass mal auf, in drei bis fünf Jahren, Wahnsinn, du wirst tolle Innovationen entwickeln. Das hat mit mir jetzt nichts zu tun. Und wenn ich effektiv verkaufen möchte, dann muss ich einen Benefit oder einen Wert haben, auf den ich jetzt Zugriff habe. Die schlimmsten Sachen, wo die Kunden auch Kaufreue haben, ist, ich gebe Geld aus und habe nichts. Du kaufst jetzt ein Ticket für eine Masterclass und die Masterclass fängt erst in einem Jahr an. Wie cool ist das Gefühl, jetzt gerade Geld ausgegeben zu haben? Gar nicht gut. Ich will eigentlich direkt starten. Irgendwas konsumieren. Ich will, ich will, ich habe doch, ich habe jetzt investiert. Jetzt will ich, jetzt will ich anfangen. Jetzt will ich ein Mentoring haben. Jetzt will ich mit der Community in Austausch gehen. Ja, das ist, das ist genau der Punkt. Und wenn ich mich, und da ist es jetzt völlig egal, welches Business jeder Einzelne, der jetzt hier zuhört, hat, wenn ich mich darauf konzentriere und sage, was ist das Argument, für meinen Kunden sofort Wert zu haben, haben, unmittelbare Auswirkungen, durch mein Zutun, durch den Wert, den ich anbiete, hat der sofort einen positiven Effekt. Naja, dann kauft er bei dir. Ist doch klar. Ja. Im Grunde ist es gar nicht so, so schwierig. Zum Beispiel im Content Marketing ist es ja immer so ein, naja, da müssen wir Prozesse bauen und das wird dann, das dauert dann natürlich alles, das willst du aber nicht hören. Du willst nicht hören, dass irgendwas dauert. Ja, oder ich irgendwie noch Leute brauche oder Prozesse brauche oder ich jetzt jeden Tag einen Blogartikel. Wann habe ich denn meinen ersten Kunden damit? Ja. Wenn ich aber im Content Management dafür sorge, dass ich sage, pass mal auf, mit dieser Strategie hast du im nächsten Monat zehn neue Kunden. Dann ist es ja jetzt deine Aufgabe, zu sagen, wie muss diese Strategie, diese Methodik aufgebaut sein, dass sie so kurzfristig wie möglich neue Kunden gewinnt. Und wenn du das für einen Kunden anbieten kannst und der dieses Erlebnis hat, der wird dich feiern bis zum, weiß ich nicht, Kilimanjaro. Der wird das allen Leuten erzählen. Weil der hat gesagt, der Jakob hat mir angerufen, der hat eine krasse Methode, da kann ich in vier Wochen habe ich zehn neue Kunden gewonnen. Wahnsinn. Macht das auch. Der Typ ist irre. Mega cool. Weißt du? Also diese Begeisterungsstürme kommen ja nur dann, wenn diese Effekte auch eintreten und nicht, wenn es irgendwelche Luftschlösser sind oder sich dann Berater zurückzieht und sagen, naja, jetzt müssen sie jetzt erst mal zwölf Monate machen. Hört man ja ganz gerne mal bei so Podcast-Online-Kursen. Wenn die Monetarisierung, da brauchen wir uns jetzt noch nicht unterhalten. Erstmal musst du mal so 200 Episoden produzieren. Erstmal Reichweite aufbauen und dann kommt die Monetarisierung. Das ist halt schwierig. Also da musst du schon so leidenschaftlich wie du oder wie ich sein, dass wir sagen, ey, wir fangen einfach mal an. Wir gucken mal, was dann kommt. Wir wollen jetzt erst mal ein paar nette Leute kennenlernen. Aber wenn ich zum Beispiel in die Startup-Szene gucke, dann wollen die Leute Geld verdienen und die müssen Geld verdienen, weil sonst können sie die Leute einfach nicht mal bezahlen oder ihre Produkte nicht weiterentwickeln. Das heißt, wenn wir auch in unseren Masterclasses, ja, das Thema Recruiting, ich brauche dringend Leute, die mein Business voranbringen, ja, dann brauche ich auch geile Mentoren, die mir sagen, wie das funktioniert, wie ich das in den nächsten zwei Wochen erledigt habe, das Thema und mir Fachkräfte reinhole, oder unsere Mastercraft, Bau- und Handwerksbetriebe. Das sind sofortige Effekte, die ich damit erzielen kann. Ich muss mich ja drauf einlassen, ich muss mich halt auch reinhängen. Das ist halt das, wo wir in den Masterclasses oder auch in der Masterread, da wird es ganz viel auch um Mindset gehen. Weil wenn ich nicht in Bewegung komme, wenn ich nicht aktiv bin, wenn ich glaube, dass einfach nur eine Teilnahme an einem Live-Mentoring mein Problem löst, dann habe ich halt das falsche Programm gekauft. Sondern es hat immer was damit zu tun, und dass ich ins Handeln komme. Und da muss man auch ehrlich sein, das fällt vielen schwer. Das fällt vielen schwer. Sich eine Challenge wirklich anzutun und die Disziplin zu haben und das durchzuziehen. Und deswegen ist ja auch Erfolg leider nicht jedem vergönnt. Das ist gewonnen und verloren wird zwischen den Ohren. Du musst bereit sein, die extra Meile zu gehen. Wenn du bereit dazu bist, hast du fünfstellige Umsätze im Monat und mehr. Das ist nicht das Problem. Du blockierst die in der Regel selbst und du erlaubst, und damit schließt sich jetzt unser Kreis, du erlaubst dir nicht, Geld zu verdienen. Das erlauben sich die wenigsten. Die können sich das nicht vorstellen. Mein Lieblingsbeispiel ist, jeder kann sich vorstellen, wenn ich hinter so einem Tanklastzug hinterher fahre und der fährt einen Tunnel und hat einen Unfall, dass der ganze Tunnel brennt und schwarze Rauchschwaden aus diesem Tunnel aufsteigen. Das kann sich jeder vorstellen. Wenn du die Leute fragst, wie sieht es denn aus, hast du Bock, 100.000 Euro im Monat zu verdienen, dann sagen die meisten, oh nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob ich gut genug bin dafür. Weißt du? Also Glaubenssätze, die wir vielleicht auch mal irgendwann hatten, wann bin ich denn eigentlich gut genug dafür? Auch da ein schönes Beispiel, das habe ich letztens, glaube ich, in einem Podcast gehört. Jetzt haben wir ja beide Kinder und wenn die anfangen zu malen, dann sind das ja irgendwelche Krickeleien und Striche und Punkte und alles wild und dann fängst du an und malst so ein krasses Männchen, so ein Strichmännchen und du bist der absolute Held für dein Kind, weil du sowas machen kannst und dieses Beispiel zeigt, du würdest dein Kind total überfordern, wenn du sagst, guck mal her, ich kann so malen wie Picasso, dann würde das Kind sagen, ey, gib mir jemanden, der mir erst mal zeigt, wie man Strichmännchen macht. Wer ist Picasso? Genau, ja. Also du würdest total, das wäre ein Overload einfach, aber wenn du ein Strichmännchen kannst und damit kannst du ja schon viel mehr als dein Kind, dann bist du der Held. Die wollen immer ein Strichmännchen gemalt haben und so muss man sich das vorstellen, weil viele sind blockiert einfach weil sie sagen, ah, habe ich die Expertise, dieses ganzen Selbstzweifel, also ich sag mal, 90% des Erfolges, der ist in dir verankert, in deinen ganzen Blockaden, Glaubenssätzen, Ängsten. Das hält dich davon ab. Alles andere ist Fleiß. Eine Anleitung, eine Methode, eine Strategie und Fleiß. Und dann funktioniert das. Okay. Klingt total, simpel ist es auch. Wo, 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 wo müssen wir uns anmelden? Ist geheim, verrate ich euch. Ach so. Okay. Nein, schmarrn. Natürlich in den Show Notes dieser Podcast-Folge gibt es den Link zu unserer Scale Your Business Mastery, so haben wir es genannt. Mal gucken, ob sich der Titel noch verändert, aber ich glaube nicht. Wir bauen jetzt gerade die Seite auf. Also das, was man jetzt so sieht, ist mal so der erste Wurf der Seite. Da wird es noch ein paar mehr Inhalte geben und ein paar mehr Mentoren. Aber wenn man Lust hat, kann man jetzt schon mal so ein Bewerbungsformular ausfüllen, weil mir ist wirklich wichtig, ich möchte ungern Leute in der Mastery drin haben, die das Ich-will-jetzt-schnell-reich-werden-Thema suchen. Also das sind die Falschen. Bei uns ging es um Nachhaltigkeit. Also dieses Modell soll ja dann auch in zwölf Monaten noch funktionieren. Und da ist mir einfach wichtig, dass wir ein tolles Team zusammenstellen. Also mit Team meine ich nicht nur die Mentoren, sondern auch die Community, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Und dann macht das nämlich nochmal einen ganz anderen Spaß. Genau, und dann gehen wir zusammen die Zeit. Es werden drei Monate sein, vielleicht auch einen Ticken länger. Und wenn das mit Corona wieder ein bisschen entspannter ist und auch mit unserer weltpolitischen Situation, dann fände ich es super, wenn man die Masterclass so in dem Abschlussseminar dann irgendwer an einem schönen, warmen Ort am Meer macht. Oder in den Bergen. Genau. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei, ja eh. Du eh, lieber Jakob. Dich brauchen wir da. Sehr schön. Im Mai geht es los, warum? Im Mai geht es los, genau. Jetzt überlege ich gerade, ob wir noch ein Insider-Thema haben. Nein. Also ich könnte ja noch in die Show Notes den Link mit reinhängen. Der Masterclass ist in der Übersicht, die wir gerade aktuell haben. Also was ich ein sehr, sehr spannendes Thema finde, einfach weil auch tolle Mentoren, also alle Mentoren sind toll, die wir haben. Aber Mentoren, mit denen ich auch schon arbeiten durfte, ist die Business Performer Masterclass, also Thema öffentlicher Auftritt. Also gerade auch bei dir, Jakob, wenn ich dann eingeladen bin bei dir im Livestream. Hilft mir das natürlich zu wissen, wie ich mich da richtig im öffentlichen Raum, auf öffentlichen Bühnen, und damit meinen wir nicht die physische Bühne nur ausschließlich, sondern natürlich auch in Interviews oder gegenüber Journalisten, wie ich da auftrete. Das finde ich sehr spannend. Und was ich auch sehr, sehr spannend, wichtig finde, weil es mich auch selbst schon getroffen hat, in meinen über 20 Jahren jetzt, in denen ich Unternehmen aufgebaut habe, ist das ganze Thema rechtssicher wachsen. Also mit dem ganzen AGBs, Impressum, Datenschutz, Forderungsmanagement. Wenn meine Rechnung nicht bezahlt wird, wie gehe ich denn eigentlich vor? Wie gehe ich mit Abmahnungen um? Das sind alles so Themen, die kann im Unternehmen auch schnell mal in arge Bedrängnis führen, gerade bei Startups, wenn ich mich da an gewisse Regeln nicht halte. Und da haben wir auch ganz tolle Rechtsexperten und Expertinnen und einen Steuerberater, der sich mit dem Steuerrecht auskennt. Und das wird, glaube ich, eine richtig coole Geschichte. Ja, da freue ich mich echt drauf. Weil das ist so oftmals, man ist als Unternehmer oftmals fokussiert auf das eigene Produkt, auf die eigene Dienstleistung. Und sowas wird sträflich vernachlässigt. Und bis es halt mal richtig knallt, dann kann das sehr schmerzhaft werden. Wir haben für eine Sache, die wir, also was wir abgewehrt haben, hat das Anwaltsbüro einfach mal 15.000 Euro berechnet. So, jetzt kann man sich fragen, hat man das in seiner Kriegsportokasse. Also um solche, und das sind wirklich Kriegszustände, muss man wirklich sagen, abzuwehren. Oder hast du vielleicht sogar eine Versicherung? Wir haben zum Beispiel eine Versicherung dafür. Die werde ich dann auch in dieser Masterclass mal vorstellen. Vielleicht kriegen wir die Versicherung sogar für einen kleinen Vortrag. Also die waren mega. Also ohne so eine Versicherung würde ich da gar nicht mehr auftreten mit einem Unternehmen. Und natürlich die ganze Rechtssicherheit in den ganzen Vorlagen und Musterverträgen usw. Also auch Gesellschaftsrecht, Wirtschaftsrecht. Vor allen Dingen für Startups auch super interessant. Was ist denn eigentlich, wenn ich eine Beteiligung rausgebe? Oder Investitionsrunden habe. Wie gehe ich mit einem Exit um? Also all diese Themen, super spannend. Ist eigentlich eine Pflichtveranstaltung. Muss man eigentlich machen. Weil die Unternehmer genau dort in der Regel gar keine Expertise haben. Und da ist halt ein automatisierter Datenschutzgenerator für die Website nicht ausreichend. Ich würde sagen, wir machen den Sack an dieser Stelle zu. Vielleicht schauen wir mal, dass wir in zwei, drei Wochen nochmal so eine Insights-Runde haben. Und wenn ihr da draußen, die ihr jetzt zuhört, Fragen habt zu dem Thema, gerne unter die Schauen uns in die Kommentare eintragen oder uns auch direkt anschreiben über die Jeans Alliance University Plattform. Und ich gehe jetzt meinen Schnupfen auskurieren. Gute Besserung. Gute Besserung. Gute Besserung. Gute Besserung. Gute Besserung. Gute Besserung. Gute Besserung.